Der Puntila sagt drei Tage lang im Hotel zu Tarastruz und alte Kinder bot im Dach der Päller geilen Willkommen zurück auf Puntila, Herr Puntila. Aber glaubt uns, nie vergaßen wir den schönen jungen Mann. So, wie könnte man ihm das andeuten? Na, mit Zauberin wird sich genügen. Das muss schon ganz am Mast sein. Ich hab ein feines Gefühl dafür, wenn was ein Skandal ist. Aber was denkst du dir eigentlich, ja? Hör zu, was ich für eine Entscheidung treffe. Das wird mir hinterher wieder das Wort im Maul herumgedreht, wie üblich. Die Stunde des Abschieds ist nun da. Gehrabe dich wohl, Herr Puntila. Der Schlimmste bist du nicht, den ich getroffen. Denn du bist fast ein Mensch, wenn du besoffen bist. Und jetzt passt es mir nicht mehr, dass es nicht passt.